Ist da noch frei, sagen die Schweizer, bei Betreten des Zugabteils. Eigentlich wäre es ja normal, wenn man in die territorialen Grenzen eines oder einer anderen eindringt und den für Covid empfohlenen Abstand von zwei Metern unterschreitet. Aber in bestimmten Ländern scheint ein anderes Selbstverständnis zu herrschen, welche Ländereien oder welche Grenzen einem selber zustünden. Auch wenn man als späterer ankommt.